Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Party. Hi Zellos. Hallöchen. Und hallo Zuschauer Marcel. Ja, wir nehmen mal wieder andere Charaktere. Ich weiß nicht, wurden irgendwelche gewünscht? Nee, explizit nicht, deshalb nehme ich natürlich Ich nehme Bowser Junior. Yoshi! Oh, wir spielen gegen Yoshi. Ich kann nicht gegen Yoshi spielen. Ja, du musst gegen Yoshi spielen. Du musst das hier packen. Ja, und ich hatte eben schon gesagt offscreen, dass wir jetzt eigene Wahl machen und wir versuchen jetzt die Mini-Spiele zu nehmen, die wir noch nicht hatten. Ja. Wie das auch immer funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich die wählen kann oder... Achso, ich wähle fünf Stück. Ah, du wählst fünf Stück. Was hatten wir noch nicht? Wir hatten... Wir hatten das mit dem Wasser auf jeden Fall nicht. Pflanzenregenpumpe hatten wir noch nicht. Das zweitfortletzte haben wir noch nicht. Fischfütterung? Und die anderen hatten wir schon alle, glaube ich. Und die anderen hatten wir, glaube ich. Okay. Dann kannst du dir deine Lieblinge aussuchen mal davon. Ich mache die Augen zu, du sagst Stopp. Okay. Stopp! Das war schon mal los. Das war schon mal los. Ja, mach mal. Warte. Finde ich gut, ja. So. Okay. Okay, das spiel ich scheiße. Ja. Und Stopp. Das ist mit dem Glas. Jawoll. Okay. Woooo! Dann haben wir wenigstens mal alle Spiele gesehen. Alle zehn. Das ist wirklich traurig. Das ist ein bisschen schade, ja. Das ist echt schade. Okay, wie muss man... Muss man die schräg halten oder ist das egal? Du musst wirklich das Ding nur gerade halten und hoch und runter pumpen die ganze Zeit. Als müsstest du gerade ganz dringend aufs Klo oder irgendwie sowas. Alter, da habe ich doch keine Chance gegen Zellers bei so einem Wichsspiel. Ich war ja überrascht, dass ich den Marcel eingeholt habe im letzten Moment. Also im Wichsen Zellers kann dich keiner schlagen. Das ist einfach so. Bei den ganzen Button-Meshern und bei den ganzen... Oh! Und Rico ist direkt Bestie. Sehr gut. Ja! Ach, ob man darauf stolz sein kann, darf. Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Ich bin trotzdem stolz. Fischfütterung. Was war das denn noch? Das war... Du musst das Ding so halten, wie er da rechts sagt. Genau. Und dann musst du, glaube ich, einmal stark oder schwach werfen. Je nachdem, was du treffen willst von den beiden. Ach so, ich war Bowser Junior? Genau. Du musst mal nach hinten oder einfach nur nach vorne? Einfach nur nach vorne schweißen. Hä, passiert nichts. Ah, ich glaube, ich halte es falsch. Hä, wie geht das? Ähm... Ah! Man muss... Ach, du musst er halten. Ich mache auch hier einfach zufällig. Keine Ahnung. Man muss er halten? Ja. Ich habe ein Foto gemacht. Nice! Okay, das Minispiel finde ich nicht so geil. Das ist auch komplett random, was ich hier mache. Ich bin zwar, glaube ich, im Moment führend, aber es ist komplett random. Ich stehe dazu. Es ist komplett random. Aber du hast komplett random gewonnen? Ja, aber random. Mit 43 Punkten, Alter. Ich habe einfach die Zellost-Taktik angewandt. Alter. Gleichmäßig gebräunt, okay. Ach, krank, Alter. Ich bin nicht Bestie. Bestie. Okay, ja, okay, hast recht. Ich bin eine Bestie. Also das Spiel hier ist eines der besten des Mario-Partys auf jeden Fall, des neuen Spiels. Ja, auch bin ich gut. Start! Funktioniert auch schreckenderweise relativ gut. Außer, dass man am Anfang drücken muss. Das gefällt mir halt nicht. Das ist richtig. Aber da kommt der innere Koch dann hier zum Vorschein. Nee, dann müsste ich gnadenlos versagen. Achso. Bibi bei euch, die Köchchen, oder was? Ja. Ah. Ich denke mir, ich mache was... Oh Mann, du Scheiß-Ding! Das Scheiß-Würfel-Ding will nicht richtig fallen, wie ich will. Nein, du Sack! Aber das Spiel macht Spaß. Noch eine Seite. Ich merke schon, der Zellost bewegt die Pfanne mehr. Ich habe einfach immer nur geschlagen. Ich habe eigentlich erst gedacht, ja, ich mache auch anfangs nur Schlagen. Und dann habe ich... Aber immer die falsche Seite erwischt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt mach es mal ein bisschen verrückter hier. Bäm! Schmeiß das Ding hoch, das Ding. Wie Yoshi. Yoshi ist scheiße. Yoshi ist PC, ne? Yoshi ist PC. Der kann nichts dafür, dass er so schlecht ist. Ja, Yoshi? Ja, ja. Oh, nice, Yoshi. Kann braten, Alter. 53 Sekunden. Immerhin noch unter der Minute geblieben. Er ist aber von der Zeit her eher so ein Hochsterne-Koch. Das ist kein Fast-Food, was er macht da. Oh, das ist spannend. Oh, ja. Jeder kann noch gewinnen. Okay, das nächste Spiel musste man waagerecht oder senkrecht halten? Ich glaube, du musst gerade halten, also so waagerecht. Achso, okay. Ja, genau, so wie er unten zeigt, genau. Wo bin ich? Achso, ich bin Bowser-Junior, ne? Ja. Die unten-Links-Taktik funktioniert immer. Die unten-Links-Taktik, ich verstehe. Oh Gott! Scheiße. Ich bleib halt die ganze Zeit unten links. Ah, scheiße. Das ist aber auch manchmal echt schwierig zu sehen, ob du getroffen wirst oder nicht. Aber na gut. Die tiefen Wahrnehmung ist hier des Zorns, Alter. Ja. Jetzt sterb doch mal, dass ihr nicht so viele Punkte bekommt. Ja! Aber ich hab wenigstens hier noch als letzter hier. Ah, ärgerlich. Sehr schön. Ah, mit was? Ja, doch. Also, ich weiß nicht, was war das? Bock-Bock-Glas-Balance. Okay. Das ist auch eigentlich zufällig, ja. Hm, das ist schon ziemlich zufällig, ja. Da kommst du nicht auf die Schnelligkeit an, sondern auf, ja, Intelligenz so ein bisschen, würde ich fast sagen. Ja, da musst du auch anfangs kurz mal A drücken. Ah, ja. Oh, ja. Hm. Schütteln. So mag ich meine Spiele am liebsten. Schütteln. Ja, einfach nur schütteln. Sonst nix machen. Bewegungssteuerung. Quasi Skyward Sword. Ah, dummes Glas. Ja! Erst doch. Ich kann am besten schütteln. Ja, hab ich doch eben schon gesagt. Ich weiß gar nicht, wie... Wie ist das lange Stücke? Ja, lange Stücke sind schwierig. Aber das Thema hatten wir ja schon. Ich krieg's nicht raus. Ich glaub, Joschi schafft's vor dir. Oh, wenigstens diese Schmach hab ich mir erspart. Kann ich schon sagen. Wuhuuu. Ja, Joschi? Ich weiß jetzt nicht... Das ist jetzt spannend zwischen euch beiden, wer gewinnt, ne? Das ist echt spannend, ja. Weil das hat echt nicht viel länger gebraucht als ich. Kann ich die Kamera eigentlich schon mal wieder anmachen? Kann's so machen eigentlich, ja. Und? Jetzt bin ich gespannt. Komm schon. Gib mir die Punkte. Gib mir den Sieg. Ja! Komm wieder zum Gewinner! Also, ich bin auf jeden Fall Dritter. Der Paul hat mir gehostet. Sehr schön, danke. Oh, ich hab's geschafft! Yay! Hat doch jeder einmal jetzt gewonnen. Ist doch cool. Ich bin drei Punkten versprochen! Wie geil ist das denn? Juhu! Oh. I'm Daisy! Sehr schön. Wieso kann ich nicht weglegen? Ich seh nur mich... Achso. Weil ich der Gewinner bin, Alter. Gut. Ich will in der Glory ein bisschen sitzen und genießen. Das war's jetzt erstmal vorerst mit Super Mario Party. Wir haben jetzt drei Parts aufgenommen. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal in einer fernahen Zukunft. Mal gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt. Bis denn, macht's gut! Tschüss! Tschüss. Tschüss.